Hallo, ich möchte Sie herzlich willkommen heißen zu unserem ersten Podcast aus einer Reihe zu verschiedensten Themen. Mein Name ist Sabine Ellmeier, ich bin selber Mama von zwei Kindern, leite das Eltern-Kind-Zentrum in Mitterdorf im Mürztal und bin bei der Familienakademie der Kinderfreunde Steiermark angestellt. Wir führen seit über 20 Jahren Elternbildungsveranstaltungen in der Steiermark durch und haben uns dazu entschieden, aufgrund der herausfordernden Zeiten mit Podcasts verschiedenste Erziehungsthemen lebendig und lebhaft aufzuarbeiten. Als Rückmeldung von Eltern ist der erste Podcast zum Thema Resilienz. Das haut mich nicht um, sondern stärkt mich und mein Kind. Was ist Resilienz? Resilienz ist die emotionale Widerstandsfähigkeit. Menschen reagieren unterschiedlich auf Krisen und auf traumatische Erlebnisse. Die eine Art von Menschen ist ganz ruhig, in sich ruhend. Die andere Art reißt es bei einer Krise oder einem traumatischen Erlebnis quasi wie eine Hutschnur, vergleichbar mit einem Drachen, der im Bauch schlummert und in einer Krisensituation unbedingt heraus möchte. Resilienz beginnt bei den Eltern. Wie resilient bin ich als Erwachsener? Und die gute Nachricht, Resilienz kann man trainieren und üben. Man kann es lernen. Denn Resilienz ist kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal, sondern eine Kompetenz, die wir im Verlauf unserer Entwicklung erlernen und erwerben, trotz schwierigster Situationen, die wir vielleicht in unserer Kindheit und Jugend erlebt haben. Also kann jeder Mensch auch eine hohe Resilienz entwickeln. Eine ganz tolle Nachricht. Was ist aber jetzt wirklich Resilienz? Wir können Resilienz mit unserem körperlichen Immunsystem und dem Immunsystem unserer Seele vergleichen. Wenn unser Körper krank ist, ist dann auch unsere Seele krank? Wir können unser körperliches Wohlbefinden mit Vitaminen, gesunder Ernährung, Sport unterstützen. Aber können wir auch unser seelisches Wohlbefinden fördern? Ja, das können wir. Wie gesagt, Resilienz kann man trainieren. Eine ganz tolle Botschaft. Und wir können unsere Kinder und Jugendlichen darin unterstützen, resilienter zu werden. Ich möchte Ihnen sehr gerne ein Sinnbild mitgeben. Nämlich, es gibt die eine Art von Menschen, die reagieren in Krisen und bei traumatischen Erlebnissen wie ein Löwenzahn. Sie kennen einen Löwenzahn. Der wächst einfach überall. Ob es regnet, ob es stürmt. Er ist resilient. Auch wenn er entwurzelt wird, kann er wieder anwachsen. Das sind die Menschen, die in solchen Situationen ruhig reagieren, geerdet sind, in ihrer Mitte bleiben. Wir sagen oft im Fachjargon, den lässt nichts aus der Ruhe bringen. Dann gibt es die zweite Art von Menschen. Die sind wie Orchideen. Haben Sie eine Orchidee zu Hause? Ein ganz sensibles, feinfühliges Pflanzerl oder eine Blume. Eine Orchidee braucht bestimmte Bedingungen, um gut wachsen zu können. Das heißt, entweder reagiert ein Mensch in Krisensituationen, in Stresssituationen wie ein Löwenzahn oder wie eine Orchidee. Resilienz gliedert sich in sieben Säulen, nämlich die Emotionssteuerung, wo wir unsere Gefühle benennen und auch steuern können. Impulskontrolle, wo wir unsere Gefühle kontrollieren können, diesen sogenannten Drachen, der sehr gerne heraus möchte. Und die Kausalitätsanalyse. Ich erkenne den Grund, warum eine Situation so ist und akzeptiere sie. Aber worauf ich heute besonders eingehen möchte, ist der Optimismus. Die vierte Säule der Resilienz. Menschen mit einer positiven Einstellung sind resilienter. Die zweite wichtigste Säule für mich ist die Selbstwirksamkeit. Was kann ich als Erwachsener, als Kind, als Jugendlicher dazu beitragen, um es besser zu machen? Die Selbstwirksamkeit wird von uns als Eltern auch bei unseren Kindern antrainiert und gefördert. Das sind oft Kinder, die von sich aus so schnell in dieser Selbstwirksamkeit, im eigenen Tun ankommen, dass uns das sehr oft auch verblüfft. Eine weitere wichtige Säule ist die Zielorientierung. Wenn wir einen klaren Fokus haben, ein Ziel und einen Willen haben, können wir Ziele viel leichter erreichen und sind auch viel resilienter, um mit Rückschlägen umzugehen. Die letzte, last but not least, ist Empathie. Empathie ist Mitgefühl, nicht Mitleid. Unsere Kinder und Jugendlichen brauchen kein Mitleid. Aber sie wollen Mitgefühl haben. Empathie bedeutet, einen Perspektivenwechsel einzunehmen, um sich besser in andere hineinzuversetzen. Und da kommt schon ein ganz, ganz wertvoller Tipp. Nämlich, Dramen in Kindsköpfen ernst zu nehmen. Das bedeutet Empathie. Sehr gerne möchte ich Ihnen jetzt noch ein paar ganz wertvolle Tipps mitzugeben. Nämlich schon allein in unserem Sprachgebrauch sollten wir das Wort Problem durch das Wort Herausforderung ersetzen. Denn dadurch können wir viel lösungsorientierter denken und dann vor allem handeln. Der Tipp dazu, aufzuschreiben, wie kann ich eine Situation anpacken und einen Termin festlegen. Wann mache ich das? Nicht irgendwann, morgen oder übermorgen, sondern ganz konkret, wann mache ich das? Wir Eltern sind oft so gepolt, dass wir alles alleine schaffen wollen. Aber wir sollten viel mehr netzwerken. In der Familie und auch in der Arbeitswelt. Wer kann mein Rettungsanker sein? Wer kann mir in dieser Situation helfen? Und probieren Sie es aus. Das kommt gut an, wenn Sie um Hilfe bitten. Die Selbstfürsorge ist ein weiterer Tipp für mich. Nehmen Sie sich immer wieder Zeit für sich, für Ihren Körper, aber auch für Ihre Seele. Gönnen Sie sich ein paar Minütchen am Tag, einfach für sich selbst. Kinder und Jugendliche können das sehr gut akzeptieren. 95% lernen die Kinder durch die Vorbildfunktion von uns. Das heißt, wenn Sie auf Ihre eigenen Ressourcen achten, Selbstfürsorge machen, werden auch das die Kinder irgendwann übernehmen und besser auf sich selbst schauen. Manchmal sind wir dazu geneigt, Krisen und negative Gefühle, sich schön zu reden. Das braucht es nicht. Wir sollten unsere Gefühle akzeptieren, uns aber nicht von ihnen überwältigen lassen. Auch das zeigt, wie resilient wir sind. Wichtig ist es, eine bestimmte Distanz zwischen uns und unseren Gefühlen zu schaffen. Ja, was heißt das aber jetzt? Stimmt, ich kann schreien vor Wut. Ich bin sehr enttäuscht, weil ich das ein oder andere Thema schon tausendmal mit meinem Kind besprochen habe. Ja, ich bin abgrundtief enttäuscht, aber ich bin nicht die Enttäuschung. Etwas, was uns immer wieder auf unserem Leben begleitet, das sind unsere inneren Glaubenssätze. Und daher sollten wir auch unseren Bewertungsstil verändern. Sie kennen das sicher. In der Früh steht man mit dem linken Fuß auf und eins nach dem anderen nimmt seinen Lauf. Glaubenssätze wie, immer passiert mir das, nie habe ich Glück, prägen uns. Prägen unseren Alltag, prägen unseren Erziehungstag. Was heißt das aber jetzt genau? Lassen Sie uns unser Leben proaktiv gestalten. Wir haben es in der Hand. Wir können von der Opferrolle in die Schöpferrolle gelangen, indem wir einfach unsere Gedanken versuchen zu verändern, unsere Emotionen annehmen, dazu stehen und dieses dann verändern. Um Emotionen anzunehmen, brauchen wir nur drei Schritte zu gehen. Der erste Schritt ist die Gefühle wahrzunehmen. Ich spüre die Traurigkeit, ich spüre die Wut. Der zweite Schritt ist, diese Gefühle anzunehmen. Ja, ich bin jetzt enttäuscht. Und ja, ich bin jetzt wütend. Und der dritte Schritt, und darum geht es, ist es, diese Gefühle auch wieder loszulassen. Diesen Perspektivenwechsel vorzunehmen, von dem wir heute auch schon gesprochen haben. Aber was hilft uns dabei besonders gut? Das ist unser Atem. Unser Atem ist unser Leben. Und da möchte ich Ihnen sehr gerne einen tollen Tipp mitgeben. Wenn Sie das Gefühl haben, eine Situation übermahnt Sie, eine Krise überschwemmt Sie, mit einer ganz einfachen Atemübung, indem Sie tief einatmen, dabei bis fünf zählen, den Atem anhalten, bis drei zählen und wieder bis fünf ausatmen. Allein in einer Konfliktsituation mit Ihrem Kind, wenn Sie diese Atemübung anwenden, werden Sie gleich eine Veränderung bemerken. Erstens bei Ihnen selber, aber auch zweitens, indem das Kind innehält und sich denkt, was macht die Mama oder der Papa jetzt? Und automatisch sind Eure beiden Gedanken von der Problemsituation abgelenkt. Wichtig ist es, unseren Kindern und Jugendlichen Trost, Wärme, Liebe und Vertrauen zu spenden. Beginnt aber immer bei uns selbst. Wenn wir uns in einer Krisensituation verurteilen, werden wir das auch bei anderen machen. Das heißt, Emotionen annehmen, die drei Schritte gehen und dann können wir viel besser wieder Trost, Wärme, Liebe und Vertrauen geben. Hinter jeder Situation und Aktion unserer Kinder und Jugendlichen steckt ein Bedürfnis. Schauen Sie mal darauf hin und versuchen Sie auch bewusst, die positiven Absichten zu erkennen. Der Mensch ist immer wieder gepolt darauf zu achten, was alles negativ ist. Sie kennen das vielleicht aus Ihrer eigenen Partnerschaft, aus der Eltern-Kind-Beziehung. Eins ergibt das andere und wir sind nur mehr auf das Negative fokussiert. Doch schauen Sie einmal, was Ihr Kind, Ihr Jugendlicher schon Positives verändert hat. Und wenn Sie das sehen und auch Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, das vielleicht, wenn möglich, auch noch aussprechen, dann ergibt sich eine große Veränderung. Last but not least, ein ganz ein toller Tipp zum Schluss. Führen Sie doch ein Glückstagebuch. Schreiben Sie jeden Abend drei Sachen auf, die heute gut waren, die Sie gut gemacht haben, die Ihr Kind, Ihr Jugendlicher gut gemacht hat. Und wenn möglich, laden Sie Ihr Kind oder den Jugendlichen auch ein, dabei mitzumachen. Und dann nehmen Sie ein Bad in diesen Glücksmomenten. Baden Sie darin und sehen Sie, was Sie schon alles geschafft haben. Miteinander und für sich. Alles Gute, alles Liebe auf Ihrem Weg zu besserer Resilienz. Sabine Ellmeier iete Eler Eler Est Eler